Wir haben hier einen Verkehrsunfall auf der A33 gehabt. Hier ist ein Lkw, der musste sehr stark abbremsen. Dadurch kam es zu Auffahrunfällen und weiteren Verkehrsunfällen von mehreren beteiligten Pkws. Ein Pkw hat sich dabei auch überschlagen. Der Lkw hatte Gefahrgut geladen, gefährliche Stoffe und Güter, wovon auch welche ausgelaufen sind. Dadurch kam es zu einer Kontamination der anderen beteiligten Personen am Unfallort. Ein IBC-Behälter mit 1000 Liter Benzol ist ausgelaufen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 Ich bin sehr zufrieden, wie das hier läuft. Die Zahnräder greifen wirklich gut ineinander über. Die Kommunikation ist sehr gut. Auch beproben wir hier den Digitalfunk im Führungskanal zum ersten Mal. Hier müssen wir sicherlich noch an der einen oder anderen Stelle üben. Aber das ist bei allen neuen Sachen so.